Kann ich da was? Ich mach mal meine Kohle auf davon, dass ich das irgendwann mal mache. Hallo und ein herzliches Immobilus, damit ihr hoffentlich vor eurem Bildschirm sitzen bleibt und nicht wegschaltet. Oh Gott, ja, also wir sind jetzt beim unendlichen Tag und starten den, ich fing grad kurz, und starten den mit Seidenschnabel, weil ich es hasse, mit Seidenschnabel rumzufliegen, weil es ist echt einfach nur purer Hass. Ich kann's halt nicht. Warte, muss ich mit Rechtsklick fliegen? Ah ja, aha, ich fliege mit Rechtsklick. Warum bin ich so schlecht? Nein, fliege, fliege höher, fliege höher. Cool, drei Ringe verpasst, alles klar. Oh cool, irgendwann hab ich's geschafft, genügend Ringe einzusammeln. Gut gemacht Harry und die Sammelkarte hast du auch bekommen. Oh, danke Harry. Ah, wieder Runde drei. Ah, 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 ah. Flieg nach links. Flieg nach... Okay, flieg nach links. Cool, steck ich jetzt im Baum fest. Spätzender Dreck. Yay, noch ne Karte gekriegt. Let's try. Hat jemand mal Witcher 3 gespielt? Stimmt. Doch. Wenn man da mit Plötze reitet und einmal irgendwie vom Weg abkommt, dann war's das. Dann reite ich gegen alles und nichts funktioniert und ich hab das Gefühl, ich bin noch nie mit Geralt auf nem Pferd gesessen. Genauso fühl ich mich jetzt gerade in dieser Runde mit Harry, als ob ich noch nie mit Seidenschnabel geflogen wär. Weil ich irgendwie straight erstmal alles verfehlt hab und so überhaupt keine Kontrolle mehr hatte. Und da denkt man sich, ich hab mein Leben zwar nicht unter Kontrolle, aber immerhin kann ich in Harry Potter mit Seidenschnabel tun. Nein, kannst du nicht. Jetzt hab ich noch den letzten Ring erwischt und jetzt landen wir wieder bei Hagrid und kriegen die Karte. Ich hoffe so sehr, dass ich die nächste Runde auch im ersten Mal schaffe. Das ist meine absolute Hass... Das ist so das Minispiel, das ich am meisten hasse. In Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Dem Spiel. Vielleicht gibt es genügend andere Leute, die... Ah, warum? Ich hab da... Ich hab nicht mal die Maus dahin bewegt und auf einmal zieht der rüber nach links, obwohl rechts noch zwei Ringe sind. Was ist das für ne Scheiße, bitteschön. Ja klar, da hört sich natürlich auch nicht hin. Dafür bin ich viel zu hoch. Ja, nein, ich glaub irgendwie... Ich gebe die Hoffnung auf, dass ich diese Runde schaffe. Okay, cool. Wieder blockiert Seidenschnabel. Okay, warum? Warum lässt es mich nicht zur Seite rüberfliegen, obwohl ich mehr als genug Platz gehabt hätte? Natürlich auch nicht. Genau so! Tja, viel zu wenige Ringe. Peinlich, peinlich, peinlich. Für mich. So ein Pech, Harry. Versuch es nochmal. Ich hab verkackt, du darfst. Oh, ich kommentier jetzt, wie du fliegst. Und sie startet gut. Schon mal viel besser als ich, aber das ist auch nicht verwunderlich. Du hast jetzt schon irgendwie gefühlt mehr Ringe am Anfang gesammelt als ich. Wieso kannst du das so viel besser als ich? Das ist das Problem. Wieso... Ich konnte nicht mal so weit rüberlenken. Das war so das Spiel, das wir gespielt haben, wenn wir nichts besseres zu tun hatten. Weil man kann's halt in vier Stunden mal eben durchprügeln. Vor allem, wenn man's halt schon 20 Mal gespielt hat und ganz genau weiß, was passiert. So, dir fehlen nur noch zwei Ringe. Ich hab einen Ring nicht erwischt jetzt. Aber ich bin froh, dass du's geschafft hast und dass wir diesen Dreck endlich fertig haben. Danke. Sehr festig, das Ganze. So. Dann haben wir auch die letzte Seidenschlagekarte endlich gekriegt. Ich danke dir viermal. Alle fünf Karten des Satzes gewonnen. Komm bald wieder und versuch deine Rekorde zu brechen. Dann haben wir auch die Verbeugung abgehakt, auch wenn die sehr furchtbar ausgesehen hat. Aber das ist mir so egal. So. Dann haben wir nämlich alle Seidenschlagekarten. Und können uns jetzt den Geheimnissen widmen. Dann Hagrid's Hütte. Machen wir das schon? Machen wir das schon? Oh, hier hinten. Warte. Kelpie-Karte, glaube ich. Depolto. Du. 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 So, ein kleines Kumpel, oder? Aber la. Imps mit ihren Knallbonbons. Ja, und ich wäre sehr glücklich darüber, wenn das Spiel nicht ständig hängen würde. Das wären die. So. Eine Karte. Wunder, dass sich Harry noch nicht die Beine gebrochen hat. Ah ja. So war das? Ich finde es auch super, dass immer Harry den ganzen Spaß mit dem Krone einsammeln hat und mit dem Rumspringen auf dem Schulgelände und das Ganze. Und seine Freunde sind so, hey Harry, du springst voll cool rum, wir wollen auch, aber wir dürfen hinterher laufen. Sehr fine, sehr fine. Müssen wir das jetzt wieder? Los, Harry, los. Ach ja. Stimmt, ich muss ja immer wieder drauflaufen. Kommt Gryffindor, natürlich, und Hufflepuff ist das Letzte. Ja. Aber das Coolste. So. Yay. Eine Karte. Ein Phönix. Großartig. Wie sieht's bei euch aus? Ich werde alle drei Zauberspruchaufgaben alle Süßigkeiten haben. Ach, ich glaube nicht. Na bitte. Oder? Das hier? Das Ding mit Lumos anzaubern und dann da rüber laufen? Oder? Wann lassen wir euch überhaupt nicht? Ja doch, haha. Okay. Dann haben wir hier auch eine Karte. Fünf. Wie viele gibt's? Sechs. Was ist das letzte Geheimnis? Was ist das letzte Geheimnis? Ich dachte, wir hätten dich zum letzten Mal gesehen, Peeves. Die Rüstung sieht glutrot aus. Hui! Eklige Kinder. Oh, Peeves. Schon wieder Peeves. Immer Peeves. Am Ende des rechter Reaktion. Rektusempa! Mit dem Gepult auch hier. Wenn wir hier auf die Druck draufziehen. Rektusempa! Rektusempa! Au! Unfair! Rektusempa! 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 Wieso wer hat sich Peeves eigentlich? Rektusempa! 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 Er tut halt nicht weiter. War nur hㅎㅎ. Ja es hat Spaß gemacht Pieces in den Arsch zu treten und alles sieht. Typical Pieces. Hier noch nicht. Dann habe ich erst eins von vier. Aber welches fehlt mir jetzt groß? Ich habe nur fünf. Sprachgebühr. Ja, danke. Ich dachte mir gerade so, okay, ich gehe hier hin, um das Passwort einzusammeln und was ist... Er sagt es, das Passwort, aber es passiert nichts. Oh, ich glaube. Macht Spaß. Wow. Impressive. Ich finde es super, dass sie einem die Passwörter und so quasi hinterher schmeißen und da dann unglaublich viel Krempel einem hinterher schmeißen. Ähm... Äh, wenn ich weiß, dass das Spiel eh schon mehr oder weniger gelaufen ist. So, danke für gar nichts. Ich hätte das wahrscheinlich ein bisschen eher gebraucht, also... Und ich habe eine Karte gefunden. Wiii. Ha, ich kann spielen und gleichzeitig ein Luftbraunner zurückschmeißen. Äh, wahrscheinlich nicht die ganze Zeit, aber erstmal. Das sieht man nicht mal. Und, äh, dann mal sehen, ob ich da schon drin war. Bauchkabel. Okay, ich habe hier gerade eins gefunden. Ja, aber das Ding ist, ich weiß halt leider nicht, welche ich schon vorher gekauft hatte und welche alles jetzt. Das ist mein Problem. Das ist mein Problem. Harry, kannst du bitte mal Knallbonbons einsammeln? Hm. Ich bin gerade so unglaublich schlecht darin, diese Ups zu treffen mit ihren dummen Bonbons. Ja, und es wäre ein Ding, wenn der mal wieder eins wirft. Ja, dankeschön. Okay. Die Pulso! Die Pulso! Die Pulso! Hallo Aurora! Die Pulso! Pfff! Na, ist gut. Mir ist es wurscht, ob du da mit dem Luftbraunner rumspielst oder nicht. Hallo Aurora! Noch eine Karte gefunden. Wiii! Ja, los Harry. Pack halt nicht ständig so rum. Mensch. Blablabla. Yay, noch so ein Raum, wenn ich drunter bin. Hallo Aurora! Hallo Aurora! Passwort. Dings. Hallo Aurora! Hallo Aurora! Hallo Aurora! Elasco! Ah! 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 Da müssen wir jetzt rein. Für das Passwort. Die Pulso! Du kannst nur noch einmal anfangen wollen. Dann kann man eben nur einmal anfangen wollen. Oh boy, so wie der ist. Zup! Zup! Ah! Hallo Aurora! Hallo Aurora! So viele Brüder und Wasserpumpen brauche ich gar nicht allein. Hallo Feuerknappen! Rektuzentra! 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 Was hab ich vorhin mal gesagt? Oder was war das? Ey du, ich sprech mit dir! Rektuzentra oder was war das? Rektuzentra! 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 Pff! Das wäre ungefähr das fieseste auf der Welt, wenn du nichts von Hogwarts erkunden kannst oder sehr wenig, einfach nur, weil du ein Mensch ohne Freunde bist. Achso, hier war ich also schon gut. Oh, hier war das, was ich noch nicht hatte. Oh, hier war das, was ich noch nicht. Die Bohnen und Kaffee kuchen. Ja, ich stelle dir mal vor, jemand übersieht diese Statue da oben. Der hat dann ein bisschen weniger Spaß im Leben, weil da gerade ein Haufen Kesselskuchenkürbis fast besser aus dem Ort geflogen sind. Das war toll für dich. Und ja, wir sind ja so viel. Muss ja doch die letzte Harry-Karte, muss ja doch die letzte Karte, Fred und George Snurton laufen. Da fliegt auch nochmal ein Haufen Zeug drauf. Hey, Lasto! Hey, Lasto? Hey, Lasto! Hey, Lasto! Allo, Oro! Ich kann mal Harry allein irgendwie in die 100-Millionen-Dieter-Kämpfe werden. Gut, ich hänge schon wieder ein bisschen. Aber ich dachte, ich wäre jetzt raus, wie du ihn mal ausprobieren kannst. Yeah, das reicht schon. Aber ich habe auch eine Karte bekommen. Hm, 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 hm. So, dann kann ich hier wieder raus. So, genau, jetzt habe ich hier das Geheimnis gefunden hinter dieser wunderschönen Bank. Oh, warte, ich glaube, ich habe da was gefunden. Ja, ich habe sie gefunden. Es war nämlich nicht, also es war in dem Stockwerk von Wasserspeyer, aber man musste eins der Regale anzaubern. Also das Gegenüber von der Bibliothek. So, Lumos. Da ist der Brücke hinter dem Ritter. Ich kann mich halt nie an dieses Geheimnis erinnern. Und die Blöcke hin, dass wir das jemals gefunden haben. Ah, hier. So, dann habe ich damit auch das letzte Geheimnis drauf. So, endlich. Boom, Bonusraum. Um jetzt die restlichen Karten zu kriegen. Und unnötig viele Bohnen. Oh, gut. Du sagst nicht die Re Ich finde es so schön, wenn man hier in dem Boden benötigt und keinen Stress davon einsammeln kann. Ganz in Ruhe durchlaufen und alles einsammeln kann. Und jetzt kommt es in Ruhe durchlaufen und alles in Ruhe durchlaufen. Ich habe endlich das Aufnahmefeld mit der Maus gefunden. Ich habe endlich das Aufnahmefeld gemacht. Es ist sehr schön, den Bodenbelohnungsraum einfach mal leer zu sehen. So, jetzt haben wir fast alles eingesammelt. So nach dem Motto, herzlichen Glückwunsch, du hast gerade drei Millionen Bohnen eingesammelt. Hier ist so ein paar mehr. Das macht ja auch keinen Unterschied mehr. Ich habe die immer noch nicht. Was ist mit dieser dummen Bohne los? Das ist mir jetzt auch egal. Die eine Bohne. Dann haben wir es endlich geschafft. Ein Blick auf deine Leistungsliste? Dann mal los. Zehn von zehn, zehn von zehn, zehn von zehn, fünf, 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 acht von acht, 80 von 80. Perfekt. Gute Arbeit von euch allen. Die Anforderungen fürs dritte Schuljahr erfüllt. Ausgezeichnete Arbeit. Wirklich ausgezeichnet. Tschüss, Professoren. Das war wirklich mutig, was ihr für Sirius' Spaniel seid. Vor allem, Dumbledore steht da neben McGonagall und sagt zu allen dreien Sonamen, es ist sehr mutig, was ihr für Sirius und für seinen Schnabel gemacht habt. Ja, klar. Dumbledore gibt vor McGonagall zu, dass er einem Verbrecher geholfen hat. Oh, wie Smirky Harry da gerade geguckt hat. Wie dieser Emoji, den man auch irgendwie als sexuell anstößig werden kann. Ich kann das gar nicht gut sehen. Glaubst du, die Toten, die wir lieben, verlassen uns je ganz? Glaubst du, es ist Zufall, dass wir uns in der größten Not am deutlichsten an sie erinnern? Du weißt, dein Vater lebt in dir weiter, Herren. Ja, wir schauen uns gerade noch die Insequenz an. Die wunderschöne Insequenz. Und da fährt der Hauptmannsexpress in den Sonnenuntergang. Super! Dann sind wir jetzt tatsächlich mit Harry Potter und der Gefangene von Azkaban fertig. Finally! Cool, dass ihr euch das Video angeschaut habt bis hierher. Und wie immer könnt ihr hier unten unsere Social Media Sachen sehen und anklicken und uns folgen und so, wenn ihr Bock habt. Noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zur nächsten Spielereihe. Ciao! Auf die Lame stoppen! Ne? Happany! Hä? Dar team war deine Vielen Dank.